Hallo, hallo, hier ist wieder Bolschi und ich habe mich neulich relativ einfach inspirieren lassen. Da ist mir eine Dame in einem Blondie-T-Shirt über den Weg gelaufen und ich dachte, okay, dann mache ich jetzt einfach mal einen Blondie-Artikel. Und ich habe mich so quer durch die Blondie-Alben gehört, natürlich auch die Hits, die man so kennt, Call Me und The Tide is High und was es gar nicht so alles gibt. Und ich dachte, ach so richtig, mach das nicht, klick mit Blondie und dann habe ich gewusst, irgendwoher, dass Blondie ja ganz lange weg vom Fenster waren und dass es da ganz lange nichts gab. Ich dachte, Mensch, Debbie Harry wird doch nicht die ganze Zeit irgendwie in der Stube gehockt haben und nichts gemacht haben und dann habe ich tatsächlich was gefunden von Debbie Harry und dieser Song heißt Rush Rush. Viel Spaß damit.